Ich freue mich darüber, dass wir die Punkte behalten. Ich glaube, das ist klar und das ist auch nicht verwerflich. Was mir schon wichtig ist in diesem ganzen Thema, ich habe hier schon ein Statement abgegeben, was meine ganz persönliche Meinung anging, was ich schon einmal betonen will. Ich bin keinsterweise enttäuscht von Freiburg oder auch nicht enttäuscht von Christian Streich oder von Jochen Sauer oder von wem auch immer. Überhaupt nicht. Also ich bin mit Christian Streich jetzt kein Metaböse, nur weil sie das gemacht haben, sondern ich habe meine persönliche Meinung kundgetan. Aber bis ich von jemandem persönlich enttäuscht bin, da müssen schon andere Dinge passieren, die weit über das Berufliche hinausgehen. Ich finde Christian Streich immer noch herausragend als Typ und als Trainer. Da hat jetzt auch dieses Anfechten der Spielwertung oder des Spiels nichts daran geändert.